Voll cool, voll cool. Super! Eigentlich alles vom Flugmärkten will haben, von meiner Mutter. Ah, das habe ich auch. Augenbrauen, auch cool. Aber jetzt, wenn du Haupen noch hast, dann bist du... Ja, ich habe noch sehr witzige Haare. Ah, cool! Oh, darf ich da noch ein Porträt machen? Okay. Supergut, genau.